Moin und Willkommen zu meinem neuen Video von mir. Ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Hier dreht sich das um eine Mini-Kamera. Die soll wirklich klein sein, aber wir gucken mal rein. Hier steht auch nicht viel dran oder drauf. Hier gibt es nur eine Beschreibung noch auf Englisch und Chinesisch. Oder man, der Riegen würde ich sagen. Hier kann man die App runterladen, registrieren. Hier gibt es eine Halteklammer. Micro-USB auf USB-A. Aber gut, das ist auch hier nicht weiter wichtig. Wir wollen uns die Kamera mal anschauen und was sie taugt. Hier habt ihr den Anschluss für Micro-USB. Hier kommt eine Speicherkarte rein. Das ist hier so ein Resetschalter. Und dann könnt ihr das hier einklemmen. Ich hole mal die andere Mini-Kamera. Ob die wirklich so klein ist, wie gesagt worden ist. Die habe ich schon mal vorgestellt. Ja, gut. Es ist ein bisschen kleiner. Aber ich würde sagen, wirklich richtig klein finde ich sie jetzt persönlich nicht. Aber gut, das muss sich wieder selber entscheiden. Das ist ja auch fest. Also hier kann man nichts weiter abnehmen. Gut, hier sind zwar zwei Schrauben zum lösen. Aber ja, das ist wohl... Ich dachte, dass sie noch kleiner ist. Gibt es auch irgendwie eine Typenbezeichnung oder so? Meistens steht da was drin. Nein. Ja, 2,4 GHz... Ne, 2,4 GHz... Signal. Ja, sonst steht hier leider nichts weiter dabei. Ja, wie man sie einrichtet... Ich glaube, dass es selbsterklärend ist. Man muss da nicht viel machen. Doch, hier steht das richtig. 2,4 GHz, also nicht 2,4 GHz. Man kommt auf so eine Idee. Ja, ich denke mal, dass es ein Druckfehler gewesen ist. Ja, dann mit dem WLAN-Netz verbinden und dann einrichten und hören, was die Kamera sagt oder was die App sagt. Also gut, sie ist ein bisschen kleiner. Aber ich finde sie jetzt noch nicht so klein, dass man sagen kann, die kann ich hier so verstecken, dass man sie gar nicht so klar fällt die nicht sofort auf. Aber na gut. Ich würde sagen, das ist auch hier gewesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denn ein Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.